Kapitel 4 Die Rückkehr nach Nordend Drei Wochen später erreicht die Flotte mit den Überresten von König Arthas Armee die eisige Südküste Nordends. Nordend fühlt sich an wie Erinnerungen aus einem anderen Leben. Etwas da draußen bedroht den Lichtkönig. Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen. Mein König, zuerst müssen wir hier einen Stützpunkt errichten. Doch auf dieser Insel gibt es fast keine Rohstoffe. Was zum... Die sehen wie Hochelfen aus. Was machen die denn hier? Prinz Arthas, wir sind die Blutelfen. Wir haben geschworen, die Geister von Kael Talas zu rächen. Dieses tote Land wird geläutert. Nordend gehört der Geißel-Elf. Hierher zu kommen war euer letzter Fehler. Tötet sie! Vorwärts für die Geißel. Tötet sie in Erzuls Namen. Wer zum... Danke für die Unterstützung, Mächtiger. Der Lichtkönig schickte mich, euch zu helfen, Todesritter. Ich bin Anubarak, der einstige König von As-Jol-Nerub. Ich bin dankbar für eure Hilfe, Anubarak. Doch ist dies nicht die Zeit für Höflichkeiten. Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen. Sie müssen hier in der Nähe einen Stützpunkt haben. Sie müssen hier in der Nähe einen Stützpunkt haben. Hufbess, den können sie jetzt eingraben. Hier bestimmt eine bessere Möglichkeit, als von der Ecke anzugreifen. beziehungsweise direkt anzugreifen. Beidee, die sind wegen einer Stützpunkt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen weg 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 unsere Streitkräfte werden angegriffen unsere Streitkräfte werden angegriffen Achso Skelettszauberer das könnt ihr die Türme unten zerstören weil die keine Unterstützung mehr haben dann der korrekt hier ist ein Akolyten geschenkt weil ich hier eine Basis aufbauen kann ist es her Arthas Prinz Keltas ich habe euch nicht mehr gesehen seit führt ihr diese Elfen an zumindest diese Gruppe ihr hattet es lediglich mit einem Spähtrupp zu tun Lord Illidan's Armee zu besiegen dürfte wesentlich schwieriger sein Illidan? er steckt hinter dieser Invasion? so ist es unsere Streitmacht ist riesig Arthas in diesem Augenblick marschiert sie auf den Eiskronengletscher ihr werdet euren kostbaren Lichtkönig nicht retten können betrachtet es als Vergeltung für Keltalas und andere Frevel Beeilung! Meine Feinde rücken näher unsere Zeit ist fast abgelaufen geht es euch gut Todesritter meine Macht schwindet aber es wird schon gehen er hat recht wir erreichen den Gletscher niemals rechtzeitig wir könnten einen anderen Weg einschlagen Todesritter tief unter uns liegen die Überreste des uralten Königreichs Asjol Neru zwar erlebt es dunkle Zeiten doch bietet es uns eine Abkürzung direkt zum Gletscher Welche Wahl bleibt uns? Geht voran Anubarak Hey! Er hat sogar die Basis für mich aufgebaut in den Hügeln ganz in der Nähe lebt ein Drache in den Hügeln er besitzt womöglich Artefakte die uns auf unserem Vormarsch beschützen könnten ja so fangen die besten Geschichten an die 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 errichtet mehr Obwohl, nein. Lass mal den Angriff der Gruftbestien verstärken. Und eine Bauarbeitereinheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Forschung abgeschlossen. Dort kann ich nicht beschwören. So, die Maske. Erhöht die Mahlerregulation des Helden um 50%. Ich denke mal, das ist noch nicht der Hauptdrache. Ich gucke den wieder runter. Obwohl, Level 10, Blaue Drache. Ich denke mal, die Blutelfen können mit fliegenden Einheiten angreifen zwischendurch. So, den Altar für Heldenwiederbelebung haben wir noch nicht. Ich bin schon wieder weg. Leider haben wir keine Zeit zum Plaudern, großer Wurm. Wir sind gekommen, um euch zu töten und die Artefakte zu stehlen, die ihr im Lauf der Jahrhunderte gesammelt habt. Ehrlichkeit. Wie herzerfrischend. Niemand fordert Saphiron heraus und überlebt. Tja, nur doof, da ich nicht mehr da bin. Dafür brauche ich ein paar mehr von den Gruftbestien. Deshalb hoffe ich, dass er mich jetzt nicht verfolgt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Schlangenmenschen. Wer zum Teufel sind die? Ich habe ihresgleichen noch nie in Nordend gesehen. Kann ich nicht beschwören. Ach, ihr dämlichen Transportschöfe, wo wollt ihr hin? Na gut, wir können die reparieren. Dann ist ja alles in Ordnung. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Du gebietst über die anderen Gruftbestien. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So gebietst über die Totenbeschwörer. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Wir verlangen weiteres Holz. Also keine Wegfindungsprobleme. Wir verlangen weiteres Holz. Kann man mit den anderen beiden googeln. Die sollen alle Holz abbauen. Abgeschlossen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Äh. Irritation. Wo kommt ihr denn her? Von der Küste? Seid ihr mal ein Landungsschiff gekommen? Ekel erregend. Ups. Forschung abgeschlossen. Ich hoffe mal, es wird reichen. Was hast du noch für Rollen? Alle verbindeten Einheiten plus zwei Rüstung. Ausbau abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ach, da geht ihm wohl nicht. Da kann ich viel machen, außer den Doof angucken. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Das Inventar ist voll. Wenigstens bleibt mir noch genügend Macht hierfür. Sehr schön. Sehr eindrucksvoll. Aber ihr müsst mit euren Kräften aushalten, Todesritter. Vor uns liegt ein weiter Weg. Das Inventar ist voll. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zeug廓! Jetzt ist es live. Wir müssen ver- weinen oder Fürst resetten wir wieder hin? Wahrheit! Ich bin der bay�� Die Beleumme verabschiedt werden darfst, von rimILL ein WEG machen. leSPse steht ihrpleft. Well, jetzt kann ich meine Transportschiffe noch retten. Ich wollte mich eigentlich jetzt gerade gucken, welche Kugel ich hier weghauen kann. Nicht Kugel, sondern Ausrüstung. Kann er ja nehmen dann. Stulpern der Ogerstärke und ab zurück in die Basis. Ich muss nach oben, du musst nämlich da die, äh, Fahrzeuge reparieren. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Habt ihr nicht irgendeine Möglichkeit? Ach, ihr heilt schon, wegen dem korrumpierten Boden hier. Ach, Arthas kann die ja auch heilen. Stimmt ja, ist nur ein bisschen anstrengender. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ähm, Totenbeschwörer hab ich genug. Wir können die nur noch ausbilden, besser. Ach, sie kommen in dem Zeppelin. Ach, sie kommen in dem Zeppelin. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Dort kann ich nicht beschwören. Na? Alle rein. Der Drache beschützt uns auf der Überfahrt. Und da die rot sind, muss von hier immer der Angriff kommen mit dem Transportschiff. Zeppelin. Zeppelin. Was auch immer. Forschung abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das Inventar ist voll. Eistrolle. Ich hasse Eistrolle. Verteidigung. Di, 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 di. Heilsalbe. Schön und gut. Brauche ich nicht. Ach, von hier unten waren wir ja gekommen Ich hab die nur nicht richtig erkundigt, äh, erkundet, die Insel Ist das ein böser Schneemann? Ach, da ist ein riesiger Pinguin Da kann's doch bestimmt hin Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt Forschung abgeschlossen Hallo? Hallo? Unsere Streitkräfte werden angegriffen Bringt ihr überlegen halt Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt Forschung abgeschlossen Nein, weg da Unsere Streitkräfte werden angegriffen Die Beschwörung ist ab Die Beschwörung ist abgeschlossen Das stimmt nicht mit euch, ey Warum seid ihr da rüber gegangen? Wenn ich aufgepasst habe, ich weiß So, jetzt guck ich mal, was dieser Ring hier kann Ring der Überlegenheit Na toll Puseinstärkung, Wirklichkeit Wir haben die Verteidigung gestürmt Unsere Streitkräfte werden angegriffen Es ist mehr Gold erforderlich Das sind nur beschworene Käfer von dem Großen Forschung abgeschlossen Auch die Aaskäfer sterben nicht mal Ausbau abgeschlossen Ausbau abgeschlossen Es ist mehr Gold erforderlich Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt Unsere Streitkräfte werden angegriffen Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt Toll Für nix Ich habe noch Platz für zwei Dicke Da sind die alle voll Und ihr könnt jetzt anfangen den Wald abzuholzen Ach Dicke nehmen nur einen Platz ein Okay Dann nehmen die auch noch mit Unsere Streitkräfte werden angegriffen Gegriff Ja gut Nicht da ich diesen wundervollen Dicke Und die Sachen verliere Und die Sachen verliere Forschung abgeschlossen Oh mein Gott Noch ein Erdbeben Das ist nicht gut Oh mein Gott Pinguin Händler 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 Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt Unsere Streitkräfte werden angegriffen Ich kann sie nicht befreien Weil ich den Zaun nicht angreifen kann Aber ich kann ihr Schicksal beenden Gute Tag Lazarus Das Inventar ist voll Unsere Goldmine ist fast erschöpft Alles gut Alles gut Unsere Streitkräfte werden angegriffen Unsere Streitkräfte werden angegriffen Unsere Streitkräfte werden angegriffen Wach hatte viel Aua Heil ihn Wach hatte viel Aua Forschung abgeschlossen Forschung abgeschlossen Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt Wir 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 haben unsere Verteidigung gestürmt Unsere Streitkräfte werden angegriffen Dicker weiß los Die Kampagne gleich geblieben Es gibt auf Karten leichte Änderungen Also es ist nicht eins zu eins gleich Aber die Geschichte ist gleich geblieben Wir haben unsere Verteidigung gestürt Wir haben unsere Verteidigung gestürmt und wir haben eine Verteidigung gestürmung Das nenne ich auch alles mit. Tokio Hotel. Das nenne ich auch alles mit. Möge dein Fangnetz immer voll sein. Und deine Wegfindung will ich nie in so einen Wald führen wie hier. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ach, das ist der Pinguinkönig. Ich hab dich nicht gewählt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Gibt's kein Wald mehr. Doch, da oben. Aber dann war's das langsam. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, und später ist das alles geradet. Da hier noch ein Brunnen der Gesundheit ist, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal kämpfen müssen. Ja. 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 ausbau abgeschlossen ausbau abgeschlossen ausbau abgeschlossen unsere streitkräfte werden angegriffen unsere streitkräfte werden angegriffen also schwarz auf schwarz mit den helft bars hier man sollte ich keine fraktion schwarz haben unsere verteidigung gestürmt also ich kann es kaum erkennen wie viel hp noch eine einheit hat mh dicker ich werde nach der mission auch mit dem hund dann rausgehen bzw mittag machen und dann komme ich später wieder wahrscheinlich schon vor 19 uhr also so Rathos macht keinen Shit. Nicht sterben. Irrelevant! Wir sind da! D-14 Missionen. Wir stehen inne. district 2, 5, 4, 3, an. Untertitelung des ZDF, 2020